Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for S.R.D. unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guard präsentieren. Heute geht es wieder mal um ein Horden-Only-Achievement und zwar scrollen wir da relativ weit runter zu dem Achievement Pakuai. Und für dieses müssen wir innerhalb von einer Minute in sechs verschiedene Totems von Paku benutzen. Und ja, als erstes müssen wir mal schauen, wo wir die Totems von Paku herbekommen. Wir müssen eine Questreihe machen, die sich hier in Zuldazar befindet. Also quasi müsst ihr hier die Zuldazar-Questreihe machen, die sich hier um die Pyramide hochschlängelt. Und ganz am Ende bekommt ihr eine Quest, die nennt sich Pick Aside oder eine fällige Entscheidung. Und da müsst ihr ein Loa auswählen. Und hier könnt ihr am besten den Loa Paku auswählen. Dann bekommt ihr nämlich in Zuldazar, beziehungsweise hier in Dazar der Loa, in der Hauptstadt Paku Totems. Solltet ihr jetzt hier die Questreihe gemacht haben, den falschen Loa im Endeffekt gewählt haben und hier diese Gong Totems haben, dann könnt ihr zu dieser Händlerin gehen, die auf den Koordinaten 50-35 ist, hier wo ich stehe, und quasi euren Loa wechseln und sagen hier, ich möchte jetzt Paku als Loa haben. Dann bastelt ihr das um, die Dings verschwinden hier und ihr habt ein Paku Totem. So einfach erstmal. Das ist jetzt der Anfang, wie ihr die Totems herkriegt. Solltet ihr hier nur nicht gequestet haben, dann müsst ihr halt erstmal einmal durchquesten, als Gebiet Zuldazar aussuchen und dann quasi hier die Pyramide diese Quests durchquesten. Das werde ich euch jetzt nicht zeigen, weil das irgendwie 20 Quests sind und das würde so zu lange dauern. So, ihr seht, wir haben jetzt hier überall diese Paku Statuen. Und wie gesagt, man muss halt sechs innerhalb von einer Minute benutzen. Wenn man die anklickt, dann fliegen die einem immer zu einer anderen Statue her. Es gibt hier verschiedene Kombis, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt die Statue, die Statue, die Statue, weil die immer wieder in die Nähe von einer anderen fliegen. Das kann man machen. Oder man versucht den Weg, den ich euch jetzt zeigen möchte. Und zwar laufe ich jetzt hier hinter. Da gibt es nämlich eine Statue. Jetzt muss ich mal gucken, ist es jetzt die rechte oder die linke? Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich meine, es ist diese hier. Ich hoffe, dass ich jetzt die richtige auswähle. Die müsste nämlich da runterfliegen. Genau, das war jetzt nämlich die erste. Und hier haben wir nämlich direkt wieder eine. Und die müsste mich wieder hochfliegen. So, jetzt nehmen wir diese hier wieder. Das ist nämlich der Vorteil an den beiden Statuen, dass die immer hin und her gehen und dass man so relativ schnell viele Dinge anklickt. Und so wie ich gehört habe, soll es anscheinend funktionieren, dass die auch quasi rein zählen. Das Problem ist, bei den meisten anderen Statuen, die fliegen an einem Punkt, wo keine andere Statue ist. Dann muss man immer ein paar Meter laufen und dann wird man wieder an den dritten Punkt geflogen und quasi fliegt immer im Kreis. Und hier ist es relativ simpel, einfach hin, her, hin, her, hin, her. Zack, Achievement ist da. Fertig. Also mehr ist es nicht. Wenn man weiß, wie man quasi seine Totems umstellen kann, ist das relativ easy. Und der Punkt hier bei den Koordinaten 52, 12 mit hin, her fliegen ist am einfachsten und da hat dann gar keinen großartigen Stress. Ja, das war es mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Soll das der Fall sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao.